Hallo Steinchen-Fans, herzlich willkommen zurück in der Bauschanecke. Mein Name ist Matthias und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Den siebten Schnapp der Woche, die 2004 von Sing Bao aus der Age of Armor Serie der Feuerwehrroboter. Aus 779 Klemmbausteinen, regulär für 25 Euro, jetzt als Schnapp der Woche für nur 13,95 Euro. Ein wirklich, wirklich cooles Teil, die ganze Serie ist wirklich cool. Aber ich zeige euch erstmal die Box. Und die haben wir hier. Schön clean gestaltet, finde ich. Und man sieht schon eine weitere, oder eine erste Großartigkeit. Das Ganze hat ein B-Modell. Das ist ein 2 in 1 Set und wir haben, ich würde sagen, das A-Modell ist deutlich der Roboter, aber wir können da auch ein cooles, kleines Feuerwehrauto draus bauen. Jetzt muss ich gucken, warum ich so drehen kann. Hier könnten ja wieder Minifiguren dargestellt sein. Und ihr wisst ja, diese Minifiguren sind dazu geeignet, euch durch den bloßen Anblick dieser Figur einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Und dann verschwimmt dieses Sing Bao Logo und da entsteht ein Lego Logo. Und auf einmal denkt ihr, ihr kauft Lego. Und dann zu Hause seht ihr, oh mein Gott, das ist ja Sing Bao, bis ihr das nächste Mal die Figur anguckt. Und dann seid ihr ganz enttäuscht, weil es ist doch kein Lego. Und zumindest habe ich persönlich den Eindruck, dass das die Befürchtung von gewissen Anwälten ist. Und deswegen müssen die immer abgeklebt sein. Ganz, ganz, ganz brandgefährlich, diese Figuren. Also wirklich, es ist gut so, dass wir das machen. Nicht, dass ihr auf einmal enttäuscht seid, weil ihr was Falsches gekauft habt. Hier hinten drauf haben wir ein paar schöne Details dazu. Und ich finde, da sehen wir schon ganz gut, was uns da für coole Dinge erwarten. So, jetzt müssen wir sie wieder so rumdrehen. Und das Gleiche haben wir dann nochmal auf der Anleitung. Und ein Punkt, den ich ziemlich lustig finde, den ich euch noch zeigen wollte auf der Packung. Eigentlich machen wir das jetzt auf der Anleitung, das gleiche Bild. Das Bild ist gespiegelt. Wir haben hier in der linken Hand, haben wir diese Feuerwehrspritzturbine. Die haben wir hier auf dem Bild auf der rechten Hand. Die 5 hier auf dem Bild ist aber richtig rumgeschrieben. Und auch die Leiter ist auf der falschen Seite. Die ist hier auf der rechten Seite, während sie da auf der linken Seite ist. Und da musste ich eben wirklich hart lachen, als ich mir das vor dem Video nochmal genauer angeguckt habe und dann gesehen habe, dass da das Bild gespiegelt ist. Ich habe keine Ahnung warum. Sie haben sich ja bei der 5, die hier vorne drauf gedruckt ist, extra die Mühe gemacht, das rumzudrehen. Warum das Bild dann nicht einfach im Gesamten spiegeln und dann richtig darstellen? Aber gut, warum nicht? Hier hinten drauf sehen wir dann die gesamte Age of Armor Serie. Und die finde ich im Gesamten sehr, sehr cool. Fängt an hier mit der 2001. Das ist ein Baustellenroboter. Und der hat, finde ich, gewisse Ähnlichkeit zu einem gewissen Verladeroboter, der im ersten Teil einer Filmreihe über außerirdische Monster verwendet wurde. Finde ich sehr cool. Kann man da also, wenn man eine entsprechende Szene nachstellen möchte, auf jeden Fall gut verwenden. Bei der 2 haben wir dann einen Polizeiroboter und die 3 ist ein Forschungs-U-Boot-Roboter. Finde ich sehr, sehr cool. Alle jeweils auch wieder mit B-Modell. Die Anleitung selbst ist Klammer gebunden. Und total einfach. Also da gibt es wirklich gar keine Schwierigkeit. Auch für Kinder, das ist ja ein Kinderspielset, überhaupt keine Schwierigkeit. Im Normalfall zwischen, ich sag mal, 3 und vielleicht 10 Teilen, die pro Bauschritt verbaut werden. Alles sehr, sehr übersichtlich. Die Farben sind nicht ausgekraut, die alten Bauschritte. Das ist alles in einheitlicher Farbe dargestellt. Lässt sich trotzdem sehr, sehr problemlos bauen. Ist überhaupt gar keine Schwierigkeit. Dann habe ich einen Punkt gerade eben schon kurz angesprochen, den ich direkt erwähnen möchte. Weil das eigentlich eins der Hauptkriterien ist, warum dieses Ding so cool ist. Ihr wisst, ich verwende keine Aufkleber. Ich mag keine Aufkleber. Bei einem Kinderspielset fände ich es vollkommen okay, wenn Aufkleber drauf wären. Gerade in der Preisklasse 25, 30 Euro. Kinder haben Spaß an Aufklebern. Finde ich vollkommen fein. Alles gar kein Problem. Der hat trotzdem keine. Alles, was ihr hier seht, sind Drucke. In der Tat sind das 11 verschiedene, nein, 11 Drucke insgesamt, 6 verschiedene. Wir haben hier unten, ich zeige es euch in der Baukamera, da seht ihr es ein bisschen besser. Wir haben hier unten diese Warnhinweise. Dann haben wir hier diese Klappen. Wir haben die Typnummer, das ist die 5. Denke ich zumindest, sonst wüsste ich nicht, wofür die 5 stehen soll. Diese kleinen Teile hier sind gedruckt, auch wenn die lustigerweise beide auf dem Kopf stehen. Die Teile hier sind gedruckt, das Feuerwehrabzeichen ist gedruckt und damit haben wir insgesamt 11 Drucke bei einem 25-Euro-Set. Finde ich ist schon eine ziemlich coole Nummer. Das nächste, was, wie ich finde, auch sehr, sehr cool ist, der ist stabil. Der steht einfach. Solange ihr gelernt habt, auf zwei Beinen zu laufen und so ein bisschen das Verständnis dafür habt, dass der Schwerpunkt immer etwa mittig sein sollte, funktioniert das. Wenn ihr jetzt nicht auf die Idee kommt, ich mache beide Beine nach vorne, dann fällt er natürlich um. Aber ansonsten ist es vollkommen egal, wie ihr ihn hinstellt. Solange der Schwerpunkt halbwegs in der Mitte ist, steht das Teil. Und das finde ich total großartig. Wir haben hier zum Beispiel da oben die 2702 von Kogo stehen. Der kann das so nicht. Ist ein Roboter in ähnlicher Größe und der steht deutlich unsicherer. Diese Roboter aus der Serie hier, ich habe zwei davon bisher gebaut, die stehen einwandfrei. Da gibt es überhaupt keine Schwierigkeit. Das ist, okay, man darf vielleicht nicht zu viel Schwung nehmen, aber ansonsten ist das überhaupt keine Schwierigkeit. Die Gelenke sind alle beweglich, wie sie sein sollten. Wir haben überall die Balljoints dran, das heißt, das Sprunggelenk können wir bewegen, das Kniegelenk können wir frei bewegen, die Hüfte können wir frei bewegen, die Schulter können wir frei bewegen und auch den Elbogen können wir frei bewegen. Ist also alles sehr beweglich und wie gesagt, dadurch, dass es trotzdem sehr stabil steht, als Kind zum Spielen, total geil. Und damit hört es ja noch nicht auf. Wir haben hier erst noch was anderes. Die Teilequalität ist bei Singbau ja als eher durchwachsen bekannt. Hierbei hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Ich hatte durchaus auch schon Sets, wo ich bei Singbau Teile hatte, die entweder sehr, sehr stark geklemmt haben oder überhaupt nicht geklemmt haben. Bei denen hier und auch bei den anderen Robotern von der Serie hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Also das ist gut. Es ist nicht auf Niveau von anderen Herstellern, das ist richtig, aber auch besser als Quinlong zum Beispiel. Also es ist schon eine gute Mittelklasse, würde ich sagen. Oh, ne, ja doch, eine gute Mittelklasse. Finde ich vollkommen in Ordnung. Also baut sich sehr gut, hält alles zum Spielen, vollkommen einwandfrei. Jetzt kommen wir zu den Details. Wir können die Finger bewegen, auch den Daumen, das heißt, diese Hand kann auch wirklich was halten, wenn man da was reinklemmt. Das finde ich schon mal sehr cool. Dann wie eben schon angesprochen, jedes Gelenk ist individuell und frei beweglich. Wir haben hier eine coole Klappe, die wir aufmachen können, falls wir irgendwas im Bein lagern müssen. Wir haben hier ein sehr cooles Cockpit, wo wir dann eine Minifigur reinsetzen können. Im Idealfall natürlich ein Feuer, wenn man der dann das Ding steuert und irgendein Feuer löscht. Und hier hinten, man muss irgendwie auch rein und raus kommen, haben wir die Leiter mit drei Elementen, die wir rausziehen können. Dann fahren wir sie hier runter, dann kann der da rein und raus krabbeln. Der Kopf ist übrigens auch beweglich. Das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Der kann sich auch bewegen. Der ist auch auf dem Gelenk und damit frei drehbar. Die Turbine finde ich sehr cool. Feuerspritzturbine. Riesiger Schlauch dran. Kann Unmengen an Wasser verschießen und ist bestimmt nicht nur zum Feuerlöschen geeignet. Ich würde fast denken, man könnte es auch als Kampfroboter nutzen und dann wäre das natürlich eine ganz, ganz großartige Waffe. Genau, dafür spricht, dass wir hier so ein Mini-Schild haben an diesem Ellbogen. Damit kann man bestimmt auch Dinge abwärmen. Genau. Und ansonsten habe ich, glaube ich, alles erwähnt. Wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas live gebaut wird, dann kommt doch gerne mal bei mir im Twitch-Chat, im Twitch-Livestream vorbei. Mittwochs und sonntags ab 20 Uhr bin ich live. Da bauen wir solche Sachen. Alles, was hier hinter mir steht, haben wir im Stream gebaut. Sind immer eine sehr, sehr lustige Runde. Macht viel Spaß. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mal dazu zu kommen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis dahin, machtetjot. Auf Wiedersehen.